moin skat freunde herzlich willkommen und hereinspaziert es ist wieder zeit für eine skat rätselanalyse wir schauen uns heute an die perle der letzten woche das rätsel 210 eine verrückte bilder challenge von rätselneuling felix wer diesem rätsel nicht die höchste schwierigkeit gibt der muss wohl ein genie sein ich behaupte einfach mal wenn du nicht weißt dass es hier einen lösungsweg auf 60 augen gibt dann kannst du da kaum drauf kommen es sei denn du probierst sehr sehr lange aus oder du schummelst ein wenig mit der analyse funktion ja oder du schaust dir einfach dieses video an wer allerdings die verrückte bilder challenge noch nicht angespielt hat noch nicht angeknobelt hat der möge doch hier noch mal pausieren und zumindest mal zwei drei vier versuche investieren um zu sehen wo da die schwierigkeit liegt umso mehr wisst ihr dann die lösung die jetzt direkt kommt vielleicht zu schätzen was also passiert in diesem rätsel mittelhand hat ein starkes krank spiel nachdem der allein spieler allerdings im zweiten stich den herz buben fallen lässt um euch schneider zu spielen ist plötzlich angerichtet zum spau schmausen das dessert gibt es wie üblich erst wenn 60 gefunden sind allein spiele also 18 wir sagen vielleicht ein anderes mal denn obwohl wir die beiden oberen buben haben und vier mal karo ist die geschichte natürlich ausgesprochen dürr wir haben hier nur überhaupt ein einziges volles im blatt wir erwischen mit dem karo ass den alleinspieler also mit der karo dusche in seinem blanken ass er hat jetzt ein sehr starkes spiel mit der kreuzflöte ass 10 die beiden roten bauern und insgesamt vier asse in der hand wenn er jetzt über seine stärke geht über die dörfer geht dann gewinnt er auch das spiel aber das jetzt sowohl der kreuzkönig zu dritt steht bei unserem partner wie wir gleich sehen als auch die buben zusammenstehen und auch ansonsten die partie nach einem bauernstich schon auf 60 möglichen augen steht das ist glaube ich schwer zu erahnen und es ist sicher plausibel im schneidersinne hier den buben auszuspielen und am echten tisch wird der spieler mit diesem manöver auch typischerweise durchkommen aber hier sind wir jetzt natürlich am rätseln und da kann es ein wenig anders ausgehen unser partner lässt die frei schwebende karo 10 hier listigerweise fallen wir nehmen mit 14 augen und sollten jetzt vielleicht noch gar nicht zu stark auf das blatt von unserem partner schauen was sich hier im rätselmodus schon offenbart sondern vielleicht erst mal auf unser eigenes und da könnte man jetzt natürlich die nächsten vier stiche machen indem man kreuzbube zieht und dann die drei karos aber wird das reichen der allein spieler muss ja viele asse und volle haben wir selber haben noch die pik 10 mit anderen worten das ist wahrscheinlich nicht der plan um wirklich zu gewinnen vor allen dingen wo wir kein stück kreuz haben sollten wir den kreuzbuben lieber zurückbehalten um in kreuz ein volles zu stechen also mit der idee ist der karo könig der durchaus naheliegend aussieht auch die richtige karte allein spieler sollte hier nicht stechen sondern abwerfen wirft hier schon listig aus seiner längeren farbe ab und unser partner muss jetzt erst mal die nerven bewahren den kreuzkönig behalten mit dem der stich gegen die kreuz dame noch drin ist die herzen behalten in hinterhand um ein überspiel zu haben und er das hier komplett etwas lustlos in der luft hängende bild in pik reinlegen das kriegen wir hier am sinnvollsten unter auf 21 augen ja und jetzt sind wir an der stelle angekommen wo es am echten tisch wahrscheinlich für den allein spieler wieder zum sieg reicht denn sehr viele spieler würden doch jetzt die karo dame fortsetzen quasi bei der gefundenen druckfarbe bleiben allerdings wenn man sich ein bisschen zurück legt lehnt und überlegt der allein spieler hat jetzt schon den ersten kreuz abgeworfen wenn der noch weitere kreuz abwerfen darf dann wird es ja immer dünner für unsere pik 10 die brauchen wir eben auch und deswegen muss jetzt die farbe gewechselt werden da wir selber in der einfach bestellten pik 10 stehen obwohl wir den allein spieler mit der blusche in seinem blanken ass erneut erwischen würden hätte er einen weg für 61 den könnt ihr euch gerne im rätsel anschauen wir müssen tatsächlich jetzt herz treffen und die lusche ist zu wenig da kann der allein spieler seine herz lusche die er noch als einzige unbekannte karte quasi führt er hat tatsächlich pik könig lusche gedrückt und die herz lusche oben die könnte er tauchen wäre wieder auf der siegerstraße der herz könig ist genau das angebot was der dem rätsel hier auch den namen gegeben hat das ist das erste verrückte bild der herzkönig der allein spieler nimmt mit und jetzt kommt das noch verrücktere bild wir müssen hier sehen dass wir drei augen opfern die wir letztlich nicht brauchen und damit dem allein spieler eine ja eine kleine sieg möglichkeit verbauen die ich gleich noch näher erläutere also hier die herz dame rein jetzt geht der allein spieler über die dörfer versucht durch abzug des blanken pick assist es umso wahrscheinlicher zu machen an unsere pick 10 ranzukommen deswegen dürfen wir jetzt auch den ersten kreuz vollen noch nicht stechen wir müssen dem allein spieler hier wirklich zwingen sich die kreuz dame frei zu spielen also die kreuz 10 auch noch vorzuziehen damit wir tatsächlich das ist das geheimnis am ende auf kreuz könig und damit die pick 10 versenken können so und wenn wir an dieser stelle eben jetzt hinten nicht die herz dame gegeben hätte dann könnte der allein spieler jetzt anstelle der kreuz 10 mit der herz lusche vom spiel gehen unser partner käme ran und der allein spieler säße gemütlich in hinterhand auf kreuz 10 dame gegen neuen könig könnte noch sich die pick 10 angeln und das spiel gewinnen das haben wir eben verbaut indem wir die herz dame abgeworfen haben denn wenn er jetzt mit herz vom stich geht dann kommen wir mit der neuen ran und machen rest so gesehen haben wir ihn damit gezwungen jetzt wirklich seinen nächsten vollen zu spielen und jetzt schnappt die falle zu diese zehn augen dieser voller das reicht uns jetzt damit kommen wir auf 33 haben jetzt diese kleine aber feine übergabe auf die herz 10 auf 43 und im neunten stich schnappt die falle zu der 17 augen stich auf 60 und ich sag mal das ist eine rakete dass es das überhaupt gibt alle anderen zug folgen reichen hier nicht der allein spieler hat immer eine chance sich knapp raus zu winden von daher schaut euch hier mal an das keulenspiel und welch verschlungener weg hier allein nicht auf 60 führt die platzierung der herz bilder ist sicherlich der höhepunkt dieses vorausschauenden stellungsspiel ja das kann ich definitiv unterschreiben da hoffe ich dass ihr euren spaß hattet dass ihr lange geknobelt habt nicht verzweifelt seid wenn doch das jetzt hier mit dem video die lösung gekommen ist ja und dann es ist ja schon wieder freitag das heißt die keilerei nach sächsischer art das ist das rätsel des tages mit denen ich euch einen hervorragenden restlichen freitag ein noch großartigeres wochenende wünsche dabei wie immer gut blatt so